Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Ich habe jetzt das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt ähm, scheiß wie hat er noch mal geheißen? Baldur's hat noch mal platt gemacht. Wir sind jetzt hier wieder da, wo der Krieg angefangen hat. Ich habe die Sequenz jetzt dann auch übersprungen, weil ich meine, wir kennen sie ja schon. Ach ne, das war ein Stab, ne? Na, scheiße. Ist das so? Meerdig. Weil du halt einfach faulte Sachen dabei. Ähm, wir sind ja auch ein Level aufgestiegen. Gewicht. Stimmt, den Glav habe ich. Den kann sie nehmen. Kann sie denn nehmen? Äh, sie zieht halt mehr ab. Ist aber auch schon zweihändig, ne? Hm, hm. Hallo? Sieht mir das Ding auch schon mehr ab, aber Mondlicht leuchtet. Diese Gegend leuchtet in einem Radius von 6 Meter. Waffenverzauberung. Bloß zwei. Licht und dauerhaft. Übung mit diesem Waffentipp freischalten. Ungeübt. Hey, warte mal. Es geht ja gar nicht um meinen. Das ist doch jetzt sie. Sie kann ihn nutzen. Extra Reichweite. Okay, schauen wir mal, was sie damit anstellen kann. Wie haben wir das auch noch bekommen? Eisenranken-Schild? Ja gut, die hat ja gar kein Schild mehr fällt mir gerade ein. Also, pfeifen wir drauf. Äh, die sind wir in der Waffe. Zack. Das haben wir auch. Wir wollten bei ihm eigentlich Ding rausnehmen, ne? Gewicht. Wir können mal ein wenig Kohle umlagern. Der Stab ist schwer. Das Wasser wiegt auch 1,5. Stimmte bis 37. Aber wie ist das andere Zeug? Echt alle so wenig? Das sind gar die scheiß Dinger da. Wobei, ne, das lassen wir da. Karabans Gift. Drang der Geschwindigkeit. Stapelteilen. Kriegt die Lasselle ein? Haben wir eigentlich noch irgendeinen Umhang oder so? Hab ich da nicht ein paar Sachen eingesammelt? Äh, was war das nochmal? Stab der Moomen. Das hat man ja auch noch. Stall der Übelkeit. Stapelteilen. Wo ist der andere Stapel hin? Ganz ohne? Ja. Stapelteilen. Stapelteilen. Da ist sie auf 4. Sie hat 10. Ich würde gerne, danke. Ich glaube, so können wir dabei gehen. Ähm. genau höhere in jahr sind auf jeden fall wenn wir uns als eins merken müssen dass man die das haben wir eh dass wir die dinger kalt machen die zauber was drin weil wir sehen dass diese schall spackos aufdenken können hallo gespräch begonnen das spiel moment wir gehen rein und sich in zuerst das erdgeschoss gehen jetzt mit rein oder nicht ja noch ein parasit mit zimmer zwölf das hat man mit vorne mit angreifen oder eher mit hinten ja ja fuck You've made a grave mistake. A long way to go still. We shall not fall. A long road ahead. Doonga? No. I will ascend. You have to focus. A long road ahead. Okay. 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 Fahre! Best be on my way. oh das ist die eine scheiße warte mal, lebt der typ noch? nicht mehr und jetzt stirbt die alte oh ja, den typen gibt es ja auch noch warte, der lebt noch! oh oh! okay, ist in ordnung, jetzt kann er wenigstens Hunger von Hard und nicht mehr einsetzen oh jetzt kommen die da oben dazu, aber ich habe schon wieder vergessen, dass da oben weil die immer noch rumgammeln Serio, die alte ist auch tot Alter, die sind voll stark! warte mal, leben die Wetter? die wurden wiederbelebt ich bin wiederbelebt Jetzt bin ich froh. Wird nicht reichen. Was ist das da? Mondlichtschmellerlinge. Ah fuck you. Der Wichser rennt halt nicht rein. Oh jetzt hat ihn trotzdem erwischt. Sehr geil. Sie läuft munisch. Hallo? 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 Scheiße. Das ist also Aktion. Scheiße. What should I do? On I go. Oh. 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 Alter ihr Vollbionen. Okay so geht es natürlich auch. Kill den. Oh jetzt ist der dran. Oh. 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 Oh, du bist so tot, Alter. Rennlos, tot. Alter, komm schon, ätzer. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, was hier alles rumrennt. Frau Selina. Bald, das ist das Zimmer. Geht ihr jetzt rum und fressen die Leute? Oh, da ist der Händler. Waffenschmied. Kettenpanzer plus zwei, Alter. Oh, warte mal, wir haben ja da noch was. Ah, scheiße, ich hab eine Quest vergessen. Die Giftmischer denn irgendwo. Die hier hab ich vergessen. Shit. Gut. Gut. Okay. Ich kann keine lange Rast machen. Sie hat noch 3er keiner mehr und 5er keiner mehr. 3, 4. Soll doch eigentlich noch einigermaßen gehen. Dann, ähm. F5. Du stehst im Boden. Du stehst im Boden. Ich kenne nicht. Ich kenne dich ja in Spur von Neid, vielleicht möchtet ihr beim Finale dabei sein. Dann ist mir Glück. Ich mein, sie kann mich begleiten, aber muss nicht. Ich mein, die alle hab ich eh schon wegschlagen. Du. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich meine, ich bin nur zu mir. Ich bin wieder sterblich, General. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Ich hab Nachtglied hunderte Jahre ausgebeutet, jetzt ist Schluss. Wie darfst du euch interferieren? Du bist wie die Dagele in einer Hand. Es ist für dich, zu agieren, nicht zu entscheiden. Du bist der Absolut. Du bist. Ich bin. Bebe, du guckst. Bebe! Der Prism. Du hast es all diese Zeit gehabt. Du Worm. Du wirst dich vor mir. Und wenn du nicht wirst, du wirst dich. Du... Wie gut es ist, dich wieder zu sehen, Ketherick. Du hast endlich gefunden, eine Godmaster, die dich verwendet hat. Halen, der Verbeer. Du hast mich aus Isabel, und jetzt, du denkst, du wirst meine Leben in die Bargäine? Du wirst dich zu sprechen, Herr Name. Ihr seid ne mini armlustert aussieht. Ey ich dachte die hat die Tür aufgeräumt, warum sind nicht lauter Magier? Oh die Alte ist immer noch am Leben Tot ausbrühen? Hier hat er schwache eigentlich, 145 mehr nicht? Ich habe genug Bewegungsrate, wow Oh So, du kleiner Spacko musst natürlich jetzt erstmal da oben raus, bevor du überhaupt irgendwas ansteigen kannst. Verstärkung rufen? Das gefällt mir gar nicht. Alter, die darf dreimal zuhauen. Alter, heizt die dem ein. Oh Gott, es ist heiß in hier. Jimmy, auf der Weg. I will ascend. On the move. My faith will protect me. On my way. Ist er einfach rausgesprungen? Oh oh. Was macht er? Verängstigt. Alter, das schon rein mit dir in der Umgebung ist ey. Oh, da stand ja noch einer. Egal. Was ist der Typ? Da steht er. Alter, du weißt jetzt schon, dass die Lasalle jetzt dir den Chaos macht, ne? Nur so als Info. Dass du die Scheiße hier nicht überlebst, Alter. Solltest du eigentlich wissen. Enough. My lord beckons me. You must return to your prison. And my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. You will fall as sure as she. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Ich kriege da jedes Mal Schaden. Ah, da ist nur noch eine. Und tschüss. Boah, 15. Ah, wirklich wegen einer Ergiebung. I am Death. Untertitelung des ZDF, 2020 nekromit hauptsache rixen truhe ist da oben könnt ihr mit dem knochenschloss aufmachen? ja! ring des erhabenen magts ermahnung des auferstandenen ghoul hand und er wirft untote mit einem befehl schlag mit tödlichen clowns und lähme das ziel möglicherweise nimm das kodex und ihre rätsel nachricht von gordasch kano eine kurze nachricht muss voller bestürzung erfahren dass euer einsatz trupp das anefakt nach wie vor nicht beschaffen konnte die gesenke scheinen auch hinter ihm her zu sein ich habe euch bei der gelegenheit noch mehr zu sagen aber wir truppen dürfen sich diesen gegenstand auf gar keinen fall weg schnappen lassen g oh warte da ist noch ne uh ne da ist nix drin ah da können wir runter kann ich rasten? ja ich mache immer rasten anstatt dass ich gleich tagbeenden mache ok nach einer kurzen pause ich glaube es wird zeit dass wir akt 2 abschließen was ich lustig finde dieser ganze krieg jetzt hat eigentlich jetzt eine halbe stunde gedauert mit catholic songbecken mail aber ich wusste vorher schon dass das von die lusche ist also wie schaut es aus und 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 brown und 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 ich dass er da noch eine ganze Armee zurückhalten kann? dann begleitet mich das hätte ich vorher jemanden zurückschicken müssen aber ich hoffe ich kann den wenigstens so mitnehmen hohler Turm wirst du ihm hinterher springen nein ich bin immer noch überlegen, gehe ich in den Untergrund wo die ganzen Monster waren? eigentlich nicht ne, ich habe ja unten alle befreit war wahrscheinlich eher eine Verteidigungsmaßnahme wenn ich nicht alle befreit habe die hole jawns back at you impossibly wide ein solcher Tentacke burrowed through stone das muss sein das muss sein, wo sie die Tagpolle herzenzen wir sind nah an der Grund der Infektionen verjüngtes Miasma all of this, sitting beneath Moonrise for how long? and how deep does it work? warte, das ist es für den Zauber-Tode-Belebnis durch den nekronischen Gestank in diesem Bereich kein Leichnam erforderlich ja Junge, geil oh weg die Scheiße Insekt, Inlektverschlängern oh warte, ich kann mit denen reden ich würde die gar nicht angreifen brauchen Tür aufs Fleisch Tür aufs Fleisch what the fuck Hacker think make more never think always chop 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 hier ist unser Kumpel Ass da ist Ass wir müssen abspeichern ich hab das schon gelesen ich wusste schon dass er hier ist hm no will sparks behind his eyes his mind has been hollowed out to better echo the commands so geck thrall the only way to save it is to kill it you could kill it and its miserable life of it you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you ehhhh ehhhh Leuten gemacht chop chop help them become become Meisterfitt in Kessrick ma down deep one of three one of three sure friend friend you found the helm we remember you well you saved us once perhaps you can do it again they are not kind to us here we are different they say apparent they wish to repurpose us destroy what they cannot fix please help us escape up oh thank you thank you you are a good friend no no more rescuer wait die haben auch nur 21 ne gibts hier nen Schlüssel? Brief war ne absolute Kindererschrift um Zingel um Ring von Krinzeleien lieber Absolon der Lehrer auch du sollest schreiben er sagt es ist wie beten wir können jetzt einen Turm sehen Ich hoffe, es ist dort hell und riecht wie Mutters Tempel. Wenn folgen, Rishik den Lehrer schöne Träume. Okay. Ob die Probleme haben, wenn ich da einfach aufmache? Ja, haben sie. Rüstung, Liste mit Regeln, Hackball. Ich meine, für ihn ist ja die Sache eh gelaufen, oder? Da kann man ja eigentlich platt machen. Oh, fuck. Das mal? Ah, unser Kumpel hilft uns. Zeit für meine Glück wieder. Ich muss weiter gehen. Kommen! Oh mein Gott. Was wird es nehmen? Vorübergehend feindlich? Boah! Hey, die wollen Ass haben. Ihr Schweine. Das könnt ihr vergessen. Nein. Oh, so much for peace. Die. 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 Wir sind frei. Danke, Freund. Aber die Verriffen die Platz stehen. Die. Es ist besser zusammen. Wir und wir. Wir bleiben mit dir. Call uns. und wir werden auf deiner Seite sein. Da ist es. Beschwöre uns, das klebrige Grau Masse vorne. Okay. Achso, das war das, wo wir es gesehen haben, ne? Ich meine, die müssen doch schon ewig gesammelt haben da drin. Eine Offenung von Moonrise Towers. Äh, und jetzt kommt man immer wieder. Königlicher Helm, geschlacht, geschlachteter Verstand. Rüstung, niederanschuldig, schwere schiefe, goldglänzendes Wappenhelm. Oh, der goldener Helm. Der Moment kommt, der absolut bewegt. Nein. Alter, was ist das? Oh, der will Blut sehen. Zombie. Großer Zombie. Oh, ist das ein König? Vielleicht gescheiter mal von oben kommen. Ah, da geht es dann nur in den Abgrund. Also scheinbar gibt es drei Dinger vom Abgrund, ne? Alter, dann ist noch mehr scheiße. Gehen wir erstmal oben rum. Also die Hörner greifen uns wahrscheinlich nicht an, weil wir auch das Würmchen drin haben. Genau, der hat ja kein Problem mit uns. Reifen Punkten unterbrochenen liegenden Einträge an der Sprache, die du nicht lesen kannst. Trotzdem ahnst du ihre Bedeutung. Unscharfer Wirbel aus Lärm und Schmerz, gefüttert durch einen neugeborenen Hochverstand. Das Älteste erwacht, das Älteste ist neugeboren. Aber etwas... Wir antworten. Wir antworten. Das muss ja sein, wo sie infekt und transformieren die, die sie kidnappen. Mindflare... Wir antworten. Wir antworten. Wir antworten. Wir antworten. Wir antworten.